Hey, meine Rabocken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Hey, wo läufst du gerade rum? Ich seh dich nicht. Du bist gerade im Wasser. Hä, im Wasser? Wir kommen gerade die ganze Zeit zum Wasser. Wir spielen eine Zombie-Invasion. Das heißt, hier kommen ganz unterschiedliche Zombies. Sie seht schon, da sind schon einige hinter mir. Da ist zum Beispiel einer mit so einer Bombe. Und das ist mein Haustier, was die killt. Und wir haben halt verschiedene Waffen und können damit die Zombies erledigen. Müssen halt die Wellen überleben. Jede Welle, das ist die allererste, glaube ich. Da, Welle 1, da seht ihr es. Jede Welle wird immer schwieriger. Und wir müssen die halt fertig machen hier. Alter! Das ist in Welle 2, Ebro. Nice. Und man kann eben, also man kann halt Sachen hier, man kriegt Double Damage, Alter. Man kriegt, ist das ein Presslufthammer-Zombie gewesen? Also, man kriegt auf jeden Fall immer Geld und XP für jeden Kill. Und damit kann man dann, oh, die sind schneller als ich. Und damit kann man dann ganz locker sich bessere Waffen kaufen. Fertig gemacht. Weg mit dir. Ah, Hilfe. Zack, 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 zack. Wer? Die hat solche schönen Zöpfe. So ein Mädel hier. Die Zombie? Ja. Was ist das für eine Gun? Oh, der kann man gedrückt halten. Chillig. Hey, kommen Sie nicht zu nah. Äh. Mad Kid, Heilung. Welle 4, Alter. Wir rocken hier übel durch. Ja, Mann. Was macht der denn da? Ach, der ist in Presslufthammer-Actioner machen. Ja, die springen und dann kommen die irgendwann wieder runter. Haben wir. Haben wir. Wie sagst du, so viele Kills? 69, ich bin so der Profi. Und neue Zombies. Die haben da schon gespielt. So überladene, so ganz komische Eisblitz-Typen, Alter. Ah, Fahrer. Dahinter hier, Vorsicht. Das ist viel schwieriger irgendwie. Wir hatten ja schon mal sowas vor drei Monaten oder so. Das war viel leichter. Das ist viel schwieriger. Ja, das stimmt. Hier gibt es auch krasse Endgegner und so. Oh, man kann sich in ein Zombie verwandeln. Wir müssen später auf jeden Fall noch eins gegen eins machen. Ich muss sich in ein Zombie verwandeln und du bist mit. Oder umgekehrt. So, wie viel Kohle habe ich denn? 8K habe ich auf der Bank. Oh, Sprungfeder können wir einsammeln. Kann man hier eigentlich auch mal Pause machen? Oder geht das hier Action? Ah, nach drei Minuten, dann gibt es Pause. Okay, das ist nice. Da kann man sich dann nochmal neu ausrüsten. Jawohl, Damage, Boost. Tschüss. Ey, mein Bildschirm ist rot. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Doch, ich habe volle Energie. Wieso ist der Bildschirm rot? Das ist oben, naja. Ach, wegen des Events. Was ist das für einer? Warum ist da der? Warum hatte der einen Pfeil? Warum haben die Pfeile, Ebro? Aber der liegt. Ich weiß es nicht. Touristen-Zombies sind das. So, die Cola können wir noch trinken. Was kann die Cola? Ah, die Cola heilt, oder wie? Ah, die Cola heilt. Hier ist ein Boss, Ebro. Hilfe. Nein, ich wurde eingefroren. Ah. Oh nein. Hier sind zwei Bosse oder so. Oh, 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 oh. Mehr Damage, genau. Das brauchen wir jetzt. Ah. Okay, den einen haben wir so gut wie. Haben wir. Jetzt gibt es den anderen noch. Alter, das ist der krass. Oh nein, jetzt geht der in den hier hinterher. Der Eistyp, ne? Der ist heftig, Alter. Oh nein. Strandtypen. Ich habe ihn gleich, Ebro. Ja, ich habe ihn. Tada. Alter, die... Oh Gott, hier ist einer, der Luft. Äh. Der fliegt? Ja, ja, der kann fliegen mit Luft. Oh, das ist wieder so ein Riesenteil. Haben wir... Oh nein. Ah, die lassen so Dinge auch liegen, die kann man einsammeln. Ja. Was bringen die? Bringen die Geld? Ich glaube, Kohle bringen die. Ja, ja, die bringen Kohle. Das ist das Sommer-Event gerade hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mein Haustier macht auch gut Action hier auf jeden Fall. Oh. Ah, diese Special-Dinger lassen immer Seeschellen fallen. Ah. Seeschellen, ist das ein richtiges... Muscheln. Muscheln, genau. So, wir gehen mal kurz... Ach nee, das machen wir in der Pause, Leute. Bessere Rüstung kaufen. Wir sammeln aber mal hier kurz diese ganzen Muscheln auf. Hey. Es gibt gar keine Pause. Guck mal, die Zeit an. Oh nein. Doch, natürlich. Nö, die Zeit hat wieder neu angefangen. Ach, das ist eine Rundendauer, ist das. Ach so. Oh oh. Und Zombies sind wie viele noch leben. Ja, dann lass mal noch ein Leben. Und dann rüsten wir uns kurz aus. Oh, Alter, hier ist Geld. Double Money oder so. Warte, wir haben noch acht. Wir können noch ein paar killen. Fünf. Vier. Drei. Ach so, na, das funktioniert nicht, Evo. Die spawnen immer. Okay, da muss man im Laufen ausrüsten. Egal, geht ja. Rüstung. Hier, wir wollen auf Ausrüstung. Wir wollen eine bessere Nahkampfwaffe, Alter. Wie toll ist denn das? Alter. Ich seh gar nicht, wo ich hinlaufe hier oben. Hier sind jetzt solche Explosiven. Alter. Oh nein. Jo, ich bin fast tot. Oh oh. Weg mit euch. Silber. Es ist voll schwer, sich auszurüsten. Das stimmt. Wir müssen die Cola sippen, Alter. Und uns heilen. Ah. Heil. Jawohl. Wir sind voll geil. Ich glaub, die Garn ist tatsächlich am besten hier. Ey, warum haben die eigentlich solche Feinde über dem Kopf? Was heißt das? Kleine Ahnung. Die sind Touristen. Heißt, Touristen sind. Wir haben uns nochmal gehalten. Ey, spawn ich hier mit drin. Ja, ich würde mir ja schon gerne mal neue Waffen kaufen. Aber ist ja viel zu stressig hier. Boah. 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 Ich hab's gesehen, Alter. Äh, wir können das Messer kaufen. Na, wir haben ja schon das. Äh, you need to unlock. Aber man muss vorher die anderen Waffen. Okay, wir kaufen das. Oh, ich kann voll nix freischalten, Evo. Nix, was Sinn macht. Hier vielleicht was? Ne, wir müssen erst übel zum Level steigen. Okay, wir müssen erst weiterspielen. Das macht alles keinen Sinn hier. Wir haben schon voll gute Waffen. Das ist der LM8. Boah. Der ist heftig, der Ö4HP. Der ist übelst heftig. Ah. Der hat mich voll erwischt. Trinkt die Cola. Er ist low. Schnapp ihn, Evo. Wir haben ihn gleich. Ben. Uh. Haben wir ihn, oder? Aua, aua, aua. Ne. So. Und. Jetzt haben wir ihn. Jawoll. Das ist eine Truhe. Schatztruhe, Alter. Und? 2.600 Cash. Yo. Ich hab weniger das Cash-Problem. Ich hab mehr das Problem, dass ich das Level nicht hab, dass ich mir die Waffen kaufen darf. Ach so. Mal gucken, ich bin erst Level 5. Ja. Wir haben zwei Kisten. Okay. Wer hat dich angegriffen, Evo? Ah. Ah. Ich bin gestorben. Ach, du bist gestorben, deswegen hab ich rot bekommen. Oh nein, Evo, du bist gestorben. Ich kann mich wieder beleben. Oh ja. Ja, mach mal, ey. Hab ich. Ich hab grad massive Probleme. Ich hab einen Trick gefunden. Und zwar kann man hier drauf. Hast du das gemacht? Safe. He he. Ihr Wuschen. Hast du rausgesprochen? Nein, auf das kommst du nicht. Du musst auf... Ah! Der kann drauf springen. Oh jo. Der Presslufthabber. Der steht auf der Kopf. Hallo? Okay, warte. Wir haben doch die Kisten geöffnet. Was haben wir da rausbekommen? Ich hab's gar nicht gesehen. Äh, Blue Poison Boards. Keine Ahnung, was das ist. Wir öffnen noch eine. Was kriegen wir jetzt raus? Dollarszahlen, jawoll. Achso, das ist gar kein Geld. Das ist nur ein Zeichen, glaub ich, ne? Naja, das kriegen wir ja gar nichts, ey. Haustiere, was haben wir hier? So ist das gut. Da stehst du dort. Du kannst bei mir dorthin schießen. Die Leute da übernommen. Ah ja, das ist überall gecheatet. Oh, wartet mal. Da können wir auch eine Granate schmeißen. Hier auf der 6. Da ist die 6. Oh mein Gott. Luftangriff. Hat's geklappt? Jetzt. Ich hab ne Granate geworfen. Wow! Das ist der Luftangriff. Alter! Alter! Oh, siehst du den da? Der fliegt da. Jo, neue. Es sind Zombies, so Säure-Zombies, so giftig. Hast du die gesehen grad? Oh, nee, ich hab die grad gar nicht gesehen. Sind die heftig? Ich weiß nicht, ich bin instant gekillt. Okay, dann sind die anscheinend nicht so heftig. Ja, noch sehen wir ganz gut da eigentlich. Ich hab mal gar keinen vorliegen. Ich sammle mal die ganzen Schälen hier und ganze Kohle. So, so. Ah, da ist noch einer. Amin. Ich hier so ne Granate hinmal. Hat die geklappt? Nö, keiner hat sie gekillt. Mit dir. Die Waffe ist halt geil. Die gibt den Leuten so Rückstoß. Power up Cash! Kriegt man jetzt mehr Geld pro Kill oder hab ich einfach nur so Geld bekommen? Und ich glaub, das ist so viel Geld wie immer. Oh, jetzt da eine Granate rein. Das wär's. Aber haben wir leider nicht. Wir müssen mit unserer Waffe vor die B. Letzte Runde vor dem Boss, Säbo. Okay. Da hat sich ja einiges angesammelt hier darunter. Noch fünf Zombies. Drei. Drei. Zwei. Stirbt geiler. Wie halten die denn aus? Ab ein. Boss. Boss Welle. Warnung. Ein Elektroboss. Elektroboss. Okay. Lenkst du den wieder ab? Mach ich. Ich bin auf dem Weg. Okay, Rüstung. Was können wir hier kaufen? Alles klar. Hier. Okay, wir haben die Knarre gekauft. Nagkampf. Ich will Nagkampf. Was geil ist. Hier. Oh, ich hab extra Damage bekommen. Warte mal, haben wir nicht hier irgendwie auch einen... Wartet mal. Wir haben doch hier irgendwie auch einen Hammer gekauft, oder? Wartet mal, wo ist denn der hier? Ich will ja nichts sagen, wenn. Ich hab das Gefühl, dass der jetzt in dem Haus ist und dann nicht mehr rauskommt. Weil er ein bisschen zu groß ist. Okay, warte. Ich bin noch nicht so weit. Okay. Ja, an der nächsten Welle. Da steht's unten rechts. Erst in der nächsten Welle kriegen wir die Waffen. Okay. Okay, die gucken wir uns noch an. Aber auf jeden Fall ist der Boss. Wo ist der Boss? Der kommt ja nicht raus, Mann. Hier hinten bei dem Gebäude. Ich hab den schon fast dauernd. Hast du den da reingeloggt? Der war da schon drin. Ah, der Type Damage jetzt hier hoch. Bin ich hier hinten gerannt? Und da war er hier drin. Ja, fast dauernd ist ein bisschen übertrieben, ne? Ja, komm. Von 17.000 gehen nur noch 4.000. 17.000 HP ist heavy. Aber ich bin gespannt auf meine Wasserpistole. Gleich. Die sind heftig. Oh, wir haben ihn gleich. 2.000. 1.500. Warte, ich habe eine Granate. Die müsste er übrigens hier abziehen. Pass auf jetzt. Hat die mir auch was abgezogen? Wir haben ihn. Level 16. Gehaut. Jawohl. Jetzt zeig ich meine Wasserpistole. Alter, wie aussieht. Ich hab einen super Jump. Ja, ist ja immer cool, die Wasserpistole. Und jetzt ja unendlich range. Was geht? So, und diese Knarre, wie geht die? Die schießt einfach nur so Wasser. Wasserpistole ist aber auch heftig stark eigentlich. Und was habe ich hier jetzt? Ach, die Rauchgranate. Müssen wir die schmeißen? Heißt du geschmissen? Ah ja, da kommt jetzt Rauch. Oh Gott. Ah, ich sehe nichts. Ja, ich auch nicht. Weg mit euch. Weg mit ihr. Jawohl. Gut, aber meine Granate einzutauschen dagegen. Ach, die macht halt Flächenschaden. Ich glaube, damit kann ich mehrere so Monster mit Eimer treffen. Ja, was würde ich machen? Mehrere Zombies. Das ist natürlich super nah. Ich glaube, ich muss mich killen lassen, um der Zombie zu werden. Ich mach mal. Fürs Protokoll. Ich bin nicht gestorben. Ich auch nicht. Hey, natürlich bist du gestorben, Hugo. Jawohl. Bist du ein Zombie? Hey, nö, doch nicht. Ah, da. Jawohl. Oh ja, ich bin der Zombie-General. Versuch mich mal zu killen, Hugo. Ich habe 1000 HP. Oh nein. Was kann ich für Angriffe machen? Hey, als ob ich gar nichts kann. Hallo? Ich kann gar nichts. Oh Mann, das ist ja ganz schön low. Ich bin clever genug, um da hochzuspringen, Evo. Nein. Bam. Bam. Nein, Hilfe. Bam. Ich kann so einen Stamm für Angriff. Ich habe 1000 HP, Evo. Viel Spaß. Bam. Ha, ha, ha. Da hat Evo ganze 10 Sekunden gegen mich durchgehalten. Oh nein. Das war es mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann flankt unbedingt den Like-Button. Lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und ihr könnt jetzt auf das Video klicken, was euch vorgeschlagen wird, um zur nächsten nicen Roblox-Episode zu kommen. Bis morgen. Euer Benson. Tschö. Tschüss. 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 Tschüss.